Hi Leute, grüß euch! Ich probier's mal wieder mit dem schönen Bully Ding Ich weiß nicht, letztes Mal hat's nicht so funktioniert mit dem Bully Der Great Saga auf 90 Cent Ich hoffe, dass wir was sehen Ansonsten lösche ich das Video wieder Ich hab einen Haufen TR5 Videos gedreht Da kamen nicht einmal Freispiele, den hab ich auch wieder gelöscht Jetzt pumpe ich gerade wieder hoch Dabei machen wir Great Saga, viel Spaß Leute Vielleicht fährt er mal was Ich bin leer, wie das nochmal ist Ich gebe dir, was es jetzt Co-cief 이것 alle Ich bin leer und nicht wieder Ich bin leer, wie das muss ich noch mal Ihr könntest, dass ihr Pl 실패 Ich bin leer. Ich bin, ich bin leer. Ich bin leer, ich bin leer. Aber da sind mich, für ein kleuer Jetzt bist du für ein Pinzen. Das ist das, was ich dir. Also sind die Teile. Ich bin leer. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das Bild schaut ja schon mal cool aus. Ich bin immer bespannt, ob man da was gibt am Sammelfeature. Ab geht's. Vollbild. Vollbild. Was gibt es bei dem? 18. Oh, der schaut gut aus. Schönes Bild, Leute. Bin mal gespannt. Verabschiedet. 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 so schlecht war es doch gar nicht oder für so ein video haben wir ein bisschen mehr geld drauf können wir noch ein anderes spiel machen ein bisschen höher spielen schauen wir noch mal zu vielleicht kommt es noch mal ansofern baller mal ein anderes spiel rein ich hätte ja mal wieder lust auf magic stone wenn wir ein video machen wollen wir die ganzen kisten wie das spiel auch mal auf die alten hätten wir wieder bock schauen wir noch ein paar euro zu machen wir ein bisschen stoni rein machen wir es nochmal super damit der stoni wieder geizen schauen wir mal so 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 Untertitelung. BR 2018 Nein, da kann man jetzt nichts sagen, zwei miteinander Leute, oder? Ist das super, Gewinn, jetzt haben wir den Stoney rein. So, hier ist der Wung und jetzt den Stoney, machen wir den. Ein bisschen, wenn das Video schon so gut läuft, zweimal freispiele, jetzt den Magic Stone, tun wir ein bisschen Geld drauf. Oh, ich buche dabei die Mistier-Funkkiste hier. Komm, er geht schon 1,20, sorry. Ja, ich buche dabei die Mistier-Funkkiste hier. Wie haben wir jetzt gewonnen? Knapp 150 Euro, oder? Ja, wird er jetzt geizen, schätze ich. Ah, man weiß es ja nie, vielleicht ist er gerade in der Offen-Phase. Mal schauen. Ja. Mach. 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 Ach. Mach. Naja, jetzt schau mal, war's wieder gut, äh, Kugel, ja, einen nur wandelt er, ah, ich glaube, so lange werden wir da nicht zuschauen, Freunde. Okay, da war jetzt gerade der Doppelstein, der Dreifachstein ist gerade vorbeigerollt, jetzt warten wir noch mal einen Stein und dann schauen wir mal weiter, ah, jetzt ist gerade schon wieder einer, oh, da ist der Zweifachstein, neun, neuner und Pokal oder so, ja, King, das gibt's auch schon was, ja, oh, er wandelt noch mal um, Kistle. Naja, ich glaube, Leute, machen wir mal Schluss und ballern wir noch an, das Video. Immerhin, wie ist das andere Spiel, ich hab's schon vergessen, Great Saga. Great Saga hat's schon gegeben, taugt doch. Jo, Leute, machen wir's gut, haut's mal Abo, Like rein, wisst, von mir gibt's fast jeden Tag ein Video raus auf die Platte, alles Originalspiele wie in der Spiele, alles nur mit Gewinn, bei mir gibt's nur Gewinn, keinen Verlust. Jo, macht es gut, den schauen wir noch, 10er, juhu, ne, jetzt noch den 10er dazu. Jo, das war's, Leute, bis zum nächsten Mal.